Dann herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcastes Rot und Schweiß und die Vorordnung ist zu Ende, wir ziehen Bilanz. Mit wem könnte man das besser als mit Klaus Allos? Erstmal schön, dass du da bist. Ja, hallo, ich freue mich auch. Und ich vermute einfach mal, dir ging es genauso wie mir, also ich bin gestern mit einem fetten Grinsen eingeschlafen und ich glaube vielen Fortuna-Fans ist das auch so gegangen, die erste Hälfte, wir haben ja zum Glück so die Fähigkeit, dass man auch schnell was zur Seite schieben kann als Fan, das machst du natürlich nicht, denke ich mir, aber trotzdem, ich glaube, alles in allem gehst du zufrieden in die Weihnachtspause, oder? Ja, unbedingt, also und ich bin auch, ich weiß gar nicht, ob ich mit einem Grinsen eingeschlafen bin, weil nach dem Sieg kam ja die Rückfahrt mit der Deutschen Bahn und deswegen, das war wieder eine lange Geschichte und aber auf dem Weg haben wir viele Fortuna-Fans natürlich getroffen und sind mit denen gereist und die hatten wirklich das Grinsen dann im Gesicht und ja, mir ging es wirklich genauso und wir waren ja jetzt in kurzer Zeit zweimal in Magdeburg und es waren ja wirklich Parallelen da zu erkennen und ja, als wir dann auch nach dem Spiel mit den Verantwortlichen oder auch mit den Gästen beim FC Magdeburg diskutiert haben, die wirklich verzweifelt waren und sagten, das gibt es doch nicht, wir gegen Fortuna wieder verloren, ihr seid unsere Angstgegner, ja, dann schmunzelt man schon und freut sich, dass man für eine Mannschaft verantwortlich ist, die dann zweimal so ein Spiel gedreht hat, über den Weg dahin, da werden wir sicherlich auch reden. Werdet ihr müssen, ne? Ich denke mal, also ich habe mich mit vielen unterhalten, mir ging es auch so, ich habe wirklich zur Halbzeitpause diesmal echt keinen Fittfallling auf euch gesetzt. Gegen Kiel zum Beispiel habe ich noch gedacht, ey, der Mannschaft ist einfach irgendwie alles zuzutrauen, das können sie schon noch drehen. In dem Spiel habe ich da nicht dran geglaubt, jetzt mal Hand aufs Herz. Du noch? Ich war auch nicht so optimistisch. Ich gebe es auch offen zu, weil wir wirklich vieles haben vermissen lassen. Und man weiß auch, wenn es dann 2-0 ist und, wenn man ehrlich ist, da lag sogar mal das 3-0 in der Luft, dann ist so ein Spiel dann vielleicht auch vorbei. Aber wir haben eben nicht mit unserer Mannschaft dann, die eben pessimistisch da waren, die haben eben nicht mit den Qualitäten unserer Mannschaft gerechnet. Und ich glaube, daran müssen wir uns auch ein bisschen gewöhnen, dass wir einfach eine Mannschaft haben, die über eine außergewöhnliche Moral verfügt, die es einfach die Niederlagen nicht so über sich ergehen lassen will oder das einfach für sich nicht akzeptiert, dass sie in der Lage sind, dann sich wirklich nochmal aufzulehnen und dann auch die Qualität hat, das zu schaffen. Auf der anderen Seite haben wir, und das müssen wir auch, Daniel Thieu macht das natürlich auch, wir müssen einfach näher darauf eingehen und müssen daran arbeiten, dass wir nicht solche ersten Halbzeiten haben. Das geht in Magdeburg, geht das dann gut, dann geht es vielleicht auch zweimal gut, aber auf Dauer geht das natürlich nicht immer gut und dann müssen wir besser werden. Wir müssen besser ins Spiel kommen, wir müssen gleich unsere Qualität abrufen. Das ist einfach so und das gilt teilweise eben auch für unsere Spiele, die wir zu Hause verloren haben. Gerade gegen Kiel, das war sehr ärgerlich. Wehen Wiesbaden war auch sehr ärgerlich, aber auch der Punktverlust gegen Osnabrück, das war ärgerlich. Wir sind keine Übermannschaft, um das mal so zu sagen, die alles jetzt im Grunde am Boden spielen kann, aber trotzdem glaube ich, dass wir in den Spielen, sind wir einfach zu sehr hinter unseren Möglichkeiten zurückgeblieben. Bei Wehen Wiesbaden konnte man noch sagen, ja, das war wirklich eine anstrengende Woche. Das war nach dem Unterhaching-Spiel. Das war nach dem Unterhaching-Spiel und da waren wir wirklich, da gingen wir wirklich auf dem Zahnfleisch. Das ist so, aber ansonsten können wir da, glaube ich, besser werden. Und trotzdem muss ich natürlich auch der Mannschaft so ein bisschen zur Seite stehen und sagen, wir haben natürlich mit sehr vielen Ausfällen zu tun. Und dann, dazu kommt dann noch unser viel zitierter kleiner Kader, der uns dann auch in den Möglichkeiten natürlich einschränkt, dann eben auch Veränderungen vorzunehmen. So, von daher war das vielleicht den beiden Dingen geschuldet. Auf der einen Seite viele Verletzungen und dann eben auch insgesamt natürlich nicht die ganz, ganz große Auswahl. Wenn wir gerade schon beim Thema sind, kleiner Kader, das wird ja auch gerne von außen immer so ein bisschen angeführt. So, der Kader ist zu klein und so weiter. Ich sage jetzt mal, ihr habt 30 Punkte, ihr steht auf Platz 4, ihr seid im DFB-Pokal-Viertelfinale. Also ihr habt jetzt nicht so viel falsch gemacht bei den Leuten, die ihr da geholt habt. Wie bewertest du das? Zahlenmäßig oder von der Quantität hätten wir, da haben wir auch nie einen Hehl draus gemacht, hätten wir gerne noch den einen oder vielleicht sogar zwei Spieler noch dazu genommen. Das haben wir ja auch versucht. Aber das haben wir dann wirklich auch aus wirtschaftlichen Gründen, haben wir das dann nicht machen können. Die viel diskutierte Personalie Simon Zoller, da haben wir darüber gesprochen, das hätten wir gerne gemacht. Wir hätten gerne einen weiteren Stürmer verpflichtet, das hat so nicht funktioniert. Aber ansonsten wollten wir auch nicht nur Spieler dazunehmen, um jetzt einen Kader wie alle anderen Mannschaften zu haben, um 26, 28 Profis in der Gruppe zu haben. Das war jetzt einfach nicht unser Plan, sondern für uns war es wichtig, da auch Qualität zu haben, wo auch jeder in der Lage ist, dann auch zu spielen. Den anderen auch gleichwertig oder nahezu gleichwertig zu ersetzen. Und wir wollten auf der anderen Seite natürlich auch den jungen Spieler, die wir in unserem Kader haben, denen vielleicht auch eine realistische Möglichkeit zu spielen aufzeigen. Und all das zusammengenommen hat eben dann dazu geführt, dass wir am Ende vielleicht ein oder zwei Spieler zu wenig hatten. Aber das hat auf der anderen Seite aber auch dazu geführt, dass wir eben über diese Eigenschaft mannschaftliche Geschlossenheit nicht aufgeben, über sich hinaus zu wachsen. Der eine ist für den anderen da. Das bildet sich natürlich besser aus in einem kleinen Kader. Das ist eine ganz andere Konkurrenzsituation im Positiven wie im Negativen. So, das gibt auf der einen Seite Sicherheit, jeder Spieler weiß aber auch, ich muss bereit sein. Auch wenn ich auf der Bank sitze oder wenn ich beim letzten Mal nicht von Anfang an dabei war. Drei Tage später, eine Woche später, bin ich vielleicht wieder gefordert und ich bekomme die reelle Chance, eben auch meine Qualitäten zu zeigen. Also das macht schon was mit der Mannschaft und von daher würde ich das gar nicht mal als nur negativ ansehen, sondern das hat auf der einen Seite Vorteile, auch wirtschaftlich betrachtet. Aber natürlich, wenn dann diese Vielzahl von Verletzungen, und das muss man ja nun sagen, wenn wir sehen, dass uns Andre wieder lange gefehlt hat, dass Cello uns dreimal im Grunde gefehlt hat und immer nur mal zwei, drei Spiele gemacht hat und dann wieder verletzt und, und, und. Dann, Zimbo war jetzt lange Zeit verletzt und es gibt noch ein paar mehr. Aber diese Verletzungen sind ja auch Pech einfach, oder würdest du, dass du etwas anderem noch festmachen? Also ich kann jetzt keinem Spielern eine Schuld geben. Also wir haben eine sehr gute medizinische Betreuung. Unsere Physios arbeiten rund um die Uhr und sehen zu, dass sie die Spieler optimal vorbereiten. Wir sind im Athletikbereich, arbeiten wir wirklich sehr gewissenhaft. Es wird immer geschaut, wie ist die Belastungssteuerung. Also von daher ist auch ein bisschen Pech dabei. Ich denke gerade die Verletzung von Andre mit seiner Schulter, das war ein, in Anführungszeichen, Unfall im Spiel. Das war jetzt keine Muskelverletzung oder sonst irgendwas, oder weil man nicht fit ist, sondern das kommt im Spiel nun mal vor. Ja, da kamen ein paar Dinge einfach zusammen, die hoffentlich dann in der Rückrunde uns dann nicht mehr so belasten. Jetzt habt ihr ja die Möglichkeit, im Winter wieder Spieler zu holen. Erstmal die Frage, siehst du Handlungsbedarf, das zu machen? Und man muss natürlich aber auch da, weil du es ja gerade auch so angesprochen hast, schauen, dass man eben dieses Gefüge, was die Mannschaft jetzt hat, eben nicht durcheinander bringt zu sehr. Ja, das ist jedes Jahr oder bei jeder Transferperiode die Herausforderung. Auf der einen Seite Konkurrenzkampf zu erhöhen, dem Trainer weitere Möglichkeiten zu geben, aber auf der anderen Seite eben dieses jetzt funktionierende Gebilde, Mannschaft eben nicht zu stören. Und ja, das ist die Herausforderung. Aber wir sehen schon Handlungsbedarf. Also das ist, wir mussten jetzt schon doch arg improvisieren. Und da wäre es schon besser, wenn wir den einen oder anderen Neuzugang dann vielleicht realisieren könnten. Ein paar Neuzugänge, der Trainer hat es scherzhaft gesagt, ich habe ja schon vier Neuzugänge. Das ist das Allerwichtigste, dass diese Spieler wirklich gesund zurückkommen, weil da wissen wir, was wir haben. Und wenn wir das noch um einen, zwei ergänzen könnten, wäre das, glaube ich, ideal. Und darüber hinaus haben wir eben sehr viele ganz junge Spieler, die anklopfen. Das ist einfach toll. Und ja, all das zusammengenommen, glaube ich, sollten wir in der Rückrunde gut gewappnet sein. Nach was sucht ihr? Verrätst uns das? Bitte? Nach was ihr sucht, verrätst uns das? Ja, das ist jetzt kein so großes Geheimnis, dass wir gerade im Sturm sehr quantitativ dünn aufgestellt sind. Aber Vincent Vermeij... Kann man kaum kritisieren, ne? Kann man nicht kaum kritisieren, kann man gar nicht kritisieren. Weil wenn man sich seine Bilanz anschaut, die ist außergewöhnlich. Wenn er nicht nur seine Tore, sondern seine Bilanz, wenn er gespielt hat, haben wir, glaube ich, kein einziges Spiel verloren. Und das ist schon sehr gut. Dann haben wir natürlich, wir haben es gestern gesehen, Jona kommt wieder rein. Und nachdem er im Pokal zwei Tore gemacht hat und gegen Schalke getroffen hat, hat er gestern auch wieder dazu beigetragen, dass wir das Spiel gedreht haben. Es ist immer, gibt man den Jungs die Chance und verlässt man sich darauf oder geht man eben ein Stück mehr auf Nummer sicher und verpflichtet dann einen Spieler, der das vielleicht irgendwo schon mal gezeigt hat. Aber das müssen wir auch wissen. Wenn wir jetzt Spieler verpflichten können, dann sind die gerade in einer Situation, wo es nicht so gut läuft. Weil sonst würden wir sie jetzt nicht bekommen. Also das ist nicht ganz einfach, aber wir glauben, dass wir Lösungen zumindest, wir haben sie im Hinterkopf oder wir sind noch so ein bisschen weiter und jetzt müssen wir prüfen, was machbar ist. Also wie gesagt, im Offensivbereich wäre sinnvoll. Und da müssen wir nochmal schauen, ja, was im Abwehrbereich Zimbo, bei ihm dauert es dann doch länger, als wir zu Beginn gedacht haben. So, dann muss man sehen, was da auf dieser Außenverteidiger-Position vielleicht da noch möglich ist. Idealerweise wäre es jemand, der beide Seiten bespielen kann, weil gerade, ja, improvisieren wir da eine ganze Menge. Gestern hat Dennis hinten gespielt, Emma hat beide Seiten gespielt, Tim Oberdorf hat beides gespielt. Dann haben wir Nico Gavrier auf der linken Seite, wir haben Zimbo auf der rechten Seite. Also das ist schon eine große Herausforderung für einen Trainer, das immer dann so zusammenzustellen. Und ja, aber es geht dann doch. Ich hatte schon ein paar Themen angesprochen, die muss ich jetzt noch schnell aufarbeiten. Du hast den Trainer jetzt schon ein paar Mal ja auch erwähnt. Der macht ja wirklich aus dem, was er hat, ich finde es erst mal beeindruckend, dass er nie jammert. Also er hat noch nie irgendwie, also zumindest in der Öffentlichkeit sage ich es mal, noch nie sich darüber beklagt, wie viele Spieler ausfallen, sondern immer lösungsorientiert versucht, da ranzugehen. Und ich habe auch so das Gefühl, dass er ein ziemlicher Glücksfallstand jetzt für den Verein ist. Und ich glaube, da kannst du nur zustimmen, oder? Ja, ja, nee, das, wir hatten heute Morgen das Frühstück mit der Mannschaft, so als Abschluss der Vorrunde. Und dann haben wir natürlich auch ein paar Themen angeschnitten, bei den Worten, die ich an die Mannschaft und an meinen Staff gerichtet habe. Und da habe ich das auch nochmal rausgestellt, dass vieles, was wir jetzt erreicht haben oder wie sich die Mannschaft entwickelt hat, ganz eng mit dem Namen Dani Thun in Verbindung zu setzen ist. Und von daher absolut glücksvoll für uns. Du hast ja damals ihn verpflichtet. Hast du damit gerechnet, dass er so eine Entwicklung nimmt? Ich hatte es gehofft. Wir hatten ja gesehen, welchen Weg er gegangen ist. Beim HSV war das ja kein Misserfolg in dem Sinne. Man hat es nur nicht geschafft, dann letztendlich aufzusteigen, oder man hat ihm das nicht zugetraut. Aber in den Gesprächen hat es sich schnell herausgestellt, welchen Ehrgeiz er hat. Und auch die Art und Weise, wie er die Dinge eben angehen wollte, das hat uns dann überzeugt. Und von daher hatten wir wirklich ein gutes Gefühl, als wir ihn damals verpflichtet haben. Und das hat sich mehr als bestätigt. Daniel ist jemand, der nicht jammert, der Wünsche anmeldet, aber wir sind im ganz engen Austausch. Chris Weber, Daniel und ich, wir tauschen uns da permanent aus. Was ist machbar? Was ist sinnvoll? Und das verändert sich ja auch immer wieder. Auch immer die Beurteilung der Spieler. Das ist ja immer eine Momentaufnahme. Dann sagt man, der eine kommt so rechtlich weiter, ob er uns im Falle auf der Saison hilft. Und dann sind die nächsten ein, zwei Spiele oder die nächsten ein, zwei Trainingswochen, die sagen, Mensch, jetzt macht er Fortschritte und spielt vielleicht doch eine ganz andere Rolle. Nee, da sind wir, also gejammert wird nicht. Und ich denke aber auch, dass er, wenn wir jetzt mal die Quantität mal außen vor lassen, dass er qualitativ aber auch einen guten Kader hat. Ich meine, gerade, ich glaube gerade unsere Neuverpflichtungen, die wir ja auch gemeinsam ausgeguckt haben, wo wir gesagt haben, was brauchen wir? Was brauchen wir, um unsere Mannschaft zu verbessern? Und da sind wir ja gezielt herangegangen. Wir haben gesagt, wir brauchen auf der Seite... Ihr habt euch auf Zeit gelassen. Ja, auf der Seite Zeit. Aber unsere Entscheidung, was wir wollen, die stand schon früher fest. Nur wir mussten warten, um es dann eben auch wirklich realisieren zu können. Dass die Klubs dann auch gesagt haben, jawohl, wir lassen einen Isaac Johannesson, lassen wir, leihen wir aus. Oder wir lassen einen Schollis, leihen wir aus. Das sind ja eigentlich Spieler, die wir uns nicht erlauben können. Aber dennoch war uns klar, dass wir diesen etwas kreativeren, offensiveren Mittelfeldspieler, dass wir den brauchen. Das war klar. Wir wussten, dass wir auf den Außenpositionen Tempo brauchten und auch eine gewisse Torgefahr. Das war dann Schollis oder dann eben auch hier Stremski jetzt in dem Fall. Also das waren dann schon Entscheidungen. Gut, bei Yannick Engelhardt, da waren wir ziemlich früh davon überzeugt, dass er diese zentrale Rolle im Mittelfeld spielen kann. Und dass er das, glaube ich, auf eine außergewöhnliche Art und Weise macht, wenn man immer seine Laufleistung sieht. Das ist immer ganz, ganz oben oder fast ganz oben. Und eben auch die Fähigkeit, eben defensiv zu spielen, aber eben auch im Spielaufbau sich zu bewegen. Das ist schon außergewöhnlich. Bei Wins Familie waren wir auch ziemlich früh dran und hatten eben die Hoffnung, dass er eben dieser Mittelstürmer sein kann, den wir brauchen. Jemand, der im Gegensatz zum letzten, wo wir mit langen Bällen agieren können, der dann auch mal Bälle verlängern kann, der Bälle festmachen kann, der jetzt auch auflegen kann. Also ist ein bisschen spielender Mittelstürmer. Und dennoch hat er eben diese Qualitäten, also Kopfballqualitäten, aber kann eben auch Fußball spielen. Und bei ihm freut es mich besonders, dass er eben jetzt nicht nur für die Mannschaft arbeitet und von Anfang an eigentlich ein ganz wichtiger Spieler war, sondern das ist jetzt auch sichtbar. Jetzt sieht es jeder, dass es ein guter Spieler ist. Ja, also generell über die Neunzugänge, also ganz ehrlich, da ist ja keiner dabei, wo du sagst, das war jetzt vielleicht nicht der beste Griff, den ihr getan habt. Also du hast Zollis angesprochen, ich habe mir mal ein paar Daten rausgesucht, sieben Tore, sechs Assists. Vermey jetzt neun Tore, ein Assist, Johannesson, vier Assists, im Pokal riesen Spiele abgeliefert. Jastremski, wenn er reinkommt, erfüllt seine Aufgabe eigentlich immer. Du hast Jannik Engelhardt angesprochen. Unglaublich routiniert mittlerweile, finde ich, schon auf der Position, wo er ist. Und selbst ein Karolim Schitzki. Haben wir jetzt auch, habe ich gar nicht erwähnt, aber jemand, der ja erstmal in den Pokalspielen gezeigt hat, welche Qualität er hat. Aber das ist ja auch, er ist ja auch ein Spieler, der das Niveau anhebt. Und das war ja auch etwas, was Flo Christophel gesagt hat. Ich möchte eigentlich, klar will ich Nummer eins sein, aber ich möchte auch, dass die Konkurrenzsituation, dass der Konkurrenzkampf, dass der hochgehalten wird. Und ich glaube, das kommt auch noch dazu. Ne, ne, da sind wir sehr zufrieden. Also ich glaube, das passt gut. Aber eben auch, ja, die Entwicklung, Jamil Siebert ist ja auch, im Grunde auch ein Neuzugang. Ein Neuzugang. Wo wir ja auch gesagt haben, Mensch, damals war er noch nicht so weit und dann hat er Erfahrungen gesammelt und jetzt ist er vielleicht viel früher, als wir gedacht haben, zu einem unverzichtbaren Spieler geworden. Wenn man das Woche für Woche sieht, wie er die Mittelstürmer oder die Stürmer des Gegners bearbeitet und welchen Siegeswillen er so an den Tag legt. Das ist schon außergewöhnlich. Das ist jemand, und der will für Fortuna Siege erzielen. Der ist nicht zu stoppen. Also das ist schon, das macht Spaß. Du hast ihn merkt, der hat richtig Bock auf die Fortuna. Das stimmt. Hat die ganze Mannschaft. Hat die ganze Mannschaft. Aber bei Jamil ist es, ja, macht es eben wirklich Spaß, weil wir ihn ja auch schon ein bisschen länger kennen. Und wie gesagt, wir haben ihn dann, ich will nicht sagen schweren Herzens, aber haben wir ihn zu Viktoria Köln ausgeliehen. Lieber hätten wir ihn bei uns behalten, aber ich glaube, es war trotzdem der richtige Weg. Weil wenn man dann doch ein Jahr nicht spielt, dann entwickelt man sich nicht so weiter. Und er hat da eine Menge gelernt. Aber jetzt natürlich in den letzten Monaten oder in der Hinrunde hat er nochmal einen riesigen Schritt gemacht. Zwei der Spieler, Zollis und Johannesson, sind ja nur ausgeliehen, aber ihr habt eine Kaufoption. Ihr habt die Möglichkeit, sie zu kaufen. Ist das realistisch, so eine Option ziehen zu können oder müsst ihr dafür eigentlich aufsteigen, um solche Spiele halten zu können? Das Letztere. Insbesondere bei Zollis ist es so, Christos ist vor zwei Jahren, glaube ich war es, vor zweieinhalb Jahren ist er für elf Millionen zu Norwich verkauft worden. Und da kann man sich vorstellen, dass die Kaufoption, die ist bei weitem nicht in dieser Höhe, weil dann hätte ich sofort gesagt, geht nicht. Aber sie ist trotzdem noch in einem Bereich, den wir uns als Zweitligist sowieso nicht erlauben können. Bei Isaac ist das etwas anders. Aber die momentane, die jetzige Situation betrachtet, Stand heute, könnten wir uns beide nicht erlauben. Aber, aber die Saison ist ja noch nicht zu Ende und wir werden alles dafür tun, eben die Spieler, ich will jetzt gar nicht sagen, das ist Christos oder Isaac oder was auch immer. Wir werden natürlich versuchen, da die besten Lösungen zu finden. Idealerweise hätten wir mehr Mittel zur Verfügung. Ja, das schränkt euch ein, ne, dieser finanzielle Spielraum, den ihr da habt. Ja, das ist, ich glaube, das muss man klar sagen. Also wir machen jetzt keine, wir machen jetzt keine Aufstellung oder, oder, oder machen Listen von Spielern, die im, im, im zweistelligen Millionenbereich Ablösesummen kosten oder die, die bei ihren Vereinen Gehälter verdienen, die weit weg von dem sind, äh, was man bei Völk-Türmer Düsseldorf verdienen kann. Das ist sowieso für uns ausgeschlossen. Das, was unsere, unser Beuteschema, um das mal so zu sagen, das sind entweder junge Spieler oder es sind Spieler, die aus irgendeinem Grund bei anderen Klubs nicht funktionieren und wo wir aber doch Potenzial sehen. Wo wir sagen so, der, der hat die Qualität, aber aufgrund der, der Umstände in seinem Verein, vielleicht zu große Konkurrenz oder es war eine Verletzung oder sonst irgendwas, hat es nicht so funktioniert. Und, und, und in diese Richtung gehen wir ja. Und, und dennoch ist es auch, auch bei diesen Kandidaten, also wo viele oder wo einige Fragezeichen schon, schon da sind, auch bei diesen Kandidaten kommen wir nicht immer zum Zuge, weil, weil das eben auch nicht, wirtschaftlich nicht darzustellen ist. Also von daher wäre das, wäre schön, wenn wir, ja, es wäre schön, um das mal so deutlich auszusprechen, wenn ich, wenn wir den, das Budget vom HSV hätten. Das, dann könnten wir ein paar andere sportliche Dinge sicherlich realisieren. Aber, auch das ist, wenn wir eben über den Trainer gesprochen haben, dass er nicht jammert, da jammern wir auch nicht, sondern, aber wir, aber trotzdem werben wir immer dafür, dass wir, dass wir, dass wir sportlich gute Lösungen finden, die aber, eine sportlich gute Lösung ist am Ende meistens auch eine wirtschaftlich gute Lösung. siehe, auch Tanaka, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man da damals gesagt hat, so, wir leihen ihn aus und, und haben wir dann eine realistische Kaufoption, so, dann ist das und, und das kann man dann, man kann so einen Spieler dann sich ein halbes Jahr anschauen oder, oder vielleicht sogar eine Saison und kann sich dann entscheiden, dann, dann glaube ich, sind das, sind das gute Voraussetzungen, um, um dauerhaft Werte für die Fortuna zu schaffen, so und, und das versuchen wir hinzukriegen. Werte schafft ihr ja auch immer mehr, durch, du hast eben auch schon ein paar Mal angesprochen, durch eigene Nachwuchsspieler, bestes Beispiel jetzt das letzte Spiel, am Ende stehen Simasuso und King Manu umfeld und verteidigen mit allem, was sie haben, dieses 2 zu 3. Daniel Punk, nicht zu vergessen, das ist, das, genau, aber, also diese Durchlässigkeit von der U19, sag ich mal, U23 in dem Profibereich, der ist ja schon bei der Fortuna immer mehr gegeben, ne? Der ist gegeben, weil einerseits der Trainer diese Spiele auch gerne mit ins Training holt, ja, und, und sie dort einfach auch, ja, mit einbindet und ihnen auch das Gefühl gibt, also ihr seid hier ein wichtiger Bestandteil, aber ihr müsst auf der anderen Seite auch abliefern, also das sind keine Geschenke, sondern das ist, wenn die Jungs dann reinkommen, dann ist es, weil sie, ja, weil sie gut trainiert haben oder, oder weil sie ihr Talent angedeutet haben, und da, da haben wir jetzt in den, in den letzten Jahren sind, sind da durchaus interessante Spieler dann auch, ja, aus, aus, aus der Nachwuchsabteilung nachgekommen, äh, und Elo Fernandes, der uns ja verlassen hat, wäre ja auch jemand gewesen, der jetzt vielleicht, gerade in der personellen Situation, vielleicht viel gespielt hätte und wer weiß, welche Entwicklung er dann genommen hätte, ne, das ist, das, das bleibt weiter ein, ein wichtiger, ein Bestandteil unserer Arbeit, nur mit jungen Spielern, da bin ich auch ganz offen, wird es nicht gehen, das hilft auch den jungen Spielern nicht, sondern sie müssen um sich herum, müssen sie auch erfahrene Spieler haben, die ihnen dann eben auch, ja, von denen sie dann an die Hand genommen werden und, und, wo sie ihre Sicherheit holen, aber all die Jungs, die wir, die wir da haben, äh, haben glaube ich, das Zeug, äh, irgendwann mal mindestens in der zweiten Liga zu spielen, so, und das ist erstmal toll. Ja, und ich sag mal, wie du schon sagst, das muss wahrscheinlich auch ein Bestandteil von Fortuna Düsseldorf sein, ne, solche Spieler zu entwickeln, oder? Ja, natürlich, das ist, also wir, wir haben es ja eben gesagt, äh, wie unser Beuteschema ist und, 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 und das, wenn man sich anschaut, was wir in diesem Jahr haben wir eigentlich, wir haben gar kein Geld ausgegeben für, für, für Transfersummen und, also für Ablösesummen, so, und, und deswegen im Gegenteil, wir müssen, wir müssen einen, einen Transferüberschuss müssen wir erzielen, so, und das wird, in Summe wird das dann in erster Linie natürlich damit geschehen, dass man, dass man eben auch jedes Jahr junge Spieler eben heranführt und sieht zu, ja, von Spielern, des Nachwuchsleistungszentrums dann irgendwann zu, zu Bundesliga, Zweiliga oder Erstligaspieler hoffentlich dann irgendwann macht. Lass uns mal noch so ein bisschen durch diese Vorrunde durchsegeln, ähm, also wir haben ja unfassbar viele spektakuläre Spiele gesehen. Erstmal die Frage, ähm, du hast ja in Bremen, äh, auch schon mit einer Mannschaft gearbeitet, die für Spektakel oft genug stand, ich kann mich da an ein Spiel gegen, ich glaube, es war Anderlecht, mal erinnern, also Europapokal-Nächte, die halt in Erinnerung bleiben. Mir ist eigentlich bekannt für, für die Wunder von der Weser, die, die, die zahlreich waren. Ziehst du das Spektakel an? Ich hoffe, ich hoffe, das ist, wobei, wobei, wobei meine, äh, meine Sichtweise, wie man eine Mannschaft zusammenstellen sollte, die ist nicht nur, äh, vom Offensivgedanken geprägt, ne, also das ist, das war, um noch einmal, äh, äh, zu Werder Bremen zu gehen, äh, da war manchmal Thomas Schaaf offensiver ausgerichtet, als ich es war, ne, und, also ich, ich mag auch gerne, wenn man, wenn man organisiert ist und, und wenn man keinen Gegentreffer kriegt, ne, ich mag aber auf der anderen Seite eben auch Spieler, die kreativ sind und die außergewöhnlich sind und, und von daher, glaube ich, ist das so ein Mix, ne, dass, ja, dass, dass man eben dann auch vielleicht Spieler hat, die in der Lage sind, ja, solche Dinge eben, äh, zu machen, aber, aber nochmal, aber das Spektakel ist nicht nur davon abhängig, dass man, dass man gut Fußball spielen kann, sondern wenn wir jetzt, wenn wir unsere, warum war es ein Spektakel, gegen Kaiserslautern waren wir 3-0 hinten, so, und dann diese Kraft aufzubringen, äh, äh, das Spiel nochmal zu drehen, das macht das auf das, äh, Spektakel aus oder, gut, Schalke war es ein etwas anderer, äh, Verlauf, Verlauf oder ein anderes Drehbuch, ne, aber, ja, aber, klar, wir wollen, wir wollen, wir wollen Spieler, wir wollen Spiele gewinnen, das, das steht an erster Stelle, aber idealerweise spielen wir auch schönen Fußball, erfolgreichen Fußball, wo, ja, wo man, wo man Torchancen eben kreiert und, und wo etwas passiert und wo man eben auch Spaß am Spiel hat. Bevor ich auf das Lauternspiel nochmal mit dir eingehe, ähm, weil das allererste Spiel der Saison gegen Hertha, dieses 1-0 hier zu Hause, war ja eigentlich ein komplett anderes Spiel eigentlich, weil da hat man, also ich hatte danach gedacht, Wahnsinn, diese Mannschaft kann unglaublich reifend Zweitliga-Fußball spielen, so, ja, und danach auf einmal war das irgendwie, irgendwie weg, das müsst ihr wieder, das müsst ihr wieder hervorholen. Der Mix, der Mix ist entscheidend, das ist, also man, wir werden nicht jedes Mal drei Tore kassieren können, oder wir am Wochenende zwei und dann drei schießen, das ist alles, das ist schön, aber das, irgendwann stößt man dann an Grenzen, weil, dann hat man auch einen Gegner, der es dann vielleicht noch cleverer macht, aber es ist, aber es ist vor allen Dingen, es ist auch körperlich und mental, es ist unheimlich fordernd, das ist man, also da ist es glaube ich, auf Dauer gesehen, sind dann Spiele, wo man dann mal 1-0 führt, wo man, wo man ein Spiel kontrolliert, wo der Gegner dann eben immer mehr machen muss, das ist natürlich Kräfteschonender, als, als, als diese Aufholjagden, wo man, und wo man dann, das muss man ja auch ganz ehrlich sagen, da muss man manchmal auch alles oder nichts spielen, das heißt, großes Risiko eingehen, auch wieder der Blick zurück nach Magdeburg, dann kann dann auch das 3-1 fallen, oder vorher kann das 3-0 fallen, so und deswegen, es wird der Mix sein, es wird unsere Aufgabe sein, eben da, in Anführungszeichen, seriöser zu spielen, in der Deckungsarbeit, in der Defensivarbeit, weniger Lücken zu geben, und dennoch unsere Spielfreude, unsere Fähigkeit, ja, ein Spiel, einen Gegner auch an die Grenzen zu bringen, das noch weiter zu entwickeln, wenn man sich anschaut, wir haben fast immer, haben wir eine außergewöhnliche Laufleistung, da setzt das auf, das ist, also das sollte nicht nur sein, um dann einem Rückstand nachzulaufen, sondern idealerweise hat man das dann eben auch von Anfang an, und geht diese Wege, um Spiele auch zu kontrollieren, rechtzeitig auch das Tor zu schießen, eben auch noch etwas bessere Chancenverwertung vielleicht zu haben, und dann hinten raus, dann eben auch souverän, das konzentriert, zu Ende zu spielen, aber, aber wenn wir das nehmen, das wird jeder Trainer sagen, das ist dann eben auch die hohe Kunst, das alles zusammenzubringen. Aber hat sie ja auch die Mannschaft auch schon durchaus oft gezeigt, also in Elversberg, in Nürnberg, da hat sie es ja schon gezeigt, dass sie auch so ein Spiel einfach souverän zu Ende spielen kann, oder sagen wir mal von Anfang bis Ende spielen kann. Ja, wobei Elversberg auch klare Führungen dann, und Nürnberg auch. Ich finde immer, es sind auch so diese Spiele, wo man vielleicht 1-0 führt, oder 2-0 führt, und dann trotzdem alles unter Kontrolle behält. Das ist die ganze hohe Kunst. Wenn ich eben von hoher Kunst gesprochen habe, und vielleicht vom Spektakel, ist das eben dann eben auch, auch mit einer knappen Führung, das eben trotzdem kontrolliert, zu Ende zu spielen, so das, das muss zu unserem Repertoire auch dazukommen. Nochmal Spektakel. Das gegen Kaiserslautern war vielleicht wirklich das größte Spektakel, was wir hatten. Nicht nur 0-3, 4-3, es war ja auch noch das allererste Fortuna-für-alle-Spiel. Ich sage mal, wie gemalt ja eigentlich, rein vom sportlichen Verlauf, wie es gelaufen ist. Und man hat gesehen, finde ich, was ein volles Stadion möglich macht mit einer Heimmannschaft. Jetzt mal, wenn du das jetzt, ist ja nur ein paar Wochen her, das nochmal mit ein bisschen Abstand bewertest. War alles so, wie du es haben wolltest? Gibt es Sachen, wo du sagst, das hätte noch ein bisschen besser laufen können? Wie bewertest du diese ganze Sache? Ja, also, man möchte nicht rein und hinten liegen. Naja, es ist ja gut gegangen. Ja, es ist gut gegangen. Das ist jetzt nicht mein Ansatz. Nein. Aber was ist ganz richtig gesagt? Das sind ja Erkenntnisse, wenn man sie nicht vorher schon hatte. Aber das hat das vielleicht nochmal unterstrichen. Erstmal war es natürlich, es war das erste Spiel Fortuna-für-alle. Es begann damit, dass wir wirklich eben diese Resonanz hatten, dass wir das volle Stadion hatten. Das war erstmal super. Das hat schon mit allen was gemacht. Und unsere Spieler haben hinterher auch gesagt, dass sie die Kraft, hätten sie auch daraus gezogen. Dass sie eben dann diese Unterstützung hatten. Und da kommen wir dahin, dass man kann sagen, ja, wir wollen ein volles Stadion haben, damit wir mehr Einnahmen haben. Das gehört auch alles dazu. Aber in erster Linie, in erster Linie, ist so diese Unterstützung von 52.000 oder dann sind auch, meinetwegen sind 10.000 vom Gegner dabei. Aber diese Unterstützung, die macht auf Dauer etwas aus. Das weckt Kräfte bei den Spielern. Und das kann dann den Unterschied ausmachen, vielleicht in dem einen Spiel, wo man dann 0-1 zu Hause verliert. Ist es vielleicht mit zuschauen, ist es das 1-1 oder vielleicht gewinnt man sogar 2-1. Und das über eine Saison gesehen, glaube ich, macht schon eine Menge aus. Das schüchtert auf der einen Seite den Gegner ein wenig ein. Denn ganz ehrlich gesprochen, auch der Schiedsrichter wird mitgenommen von der Atmosphäre. Es kommen viele, viele Dinge zusammen, die sich einfach positiv auswirken. Und deswegen, das ist ja auch ein Ziel von Fortuna für alle. Also mehr für die Fortuna zu interessieren und eben auch diese Atmosphäre zu schaffen, die uns dann auch so ein bisschen tragen kann. Und vielleicht dann diesen Unterschied dann macht von bisher, Vierter zu werden, Fünfter zu werden, dann diesen nächsten Schritt zu machen, eben um in die Relegation zu kommen oder vielleicht direkt aufzusteigen. Und wie gesagt, es gibt den Spielern eben so viel Rückenwind und hilft ihnen natürlich dann auch bei ihrer Entwicklung. Wundert es dich dann eigentlich manchmal, dass, ich meine, ihr bietet wirklich tollen Fußball an, in fast allen Spielen. wenn dann Kiel kommt, das ist das absolute Spitzenspiel. Ihr könnt auf Platz zwei, glaube ich, konntet ihr damals springen. Und dann sind 31.000 offiziell im Stadion, wo ich persönlich sage, hätte jetzt auch eine Vier vorne stehen können, fände ich jetzt angemessener eigentlich für so ein Spiel. Wundert dich das noch? Oder sagst du, ja gut, das ist halt irgendwie Düsseldorf. Das ist irgendwie Düsseldorf. Aber ich möchte mich dann trotzdem damit nicht zufrieden geben und sagen, das ist Düsseldorf und Haken dran. Und bleibt so. Und es bleibt so. Und das Positive ist erst schon mal, dass man, wenn man Vergleichszahlen nimmt, dann ist es so, dass in der Vergangenheit dann bei Spielen gegen Kiel weniger da waren. Oder wie in Wiesbaden haben wir jetzt nicht so viele Vergleichsmöglichkeiten, aber es wurde mir auch gesagt, da wären normalerweise weniger gekommen. Aber ja, auf der anderen Seite das ist auch gar keine Zuschauer-Schelte oder sonst irgendwas. Die, die da sind, machen Spektakel und machen Stimmung. Aber trotzdem wäre es schön, wenn dann diese unmittelbare Reaktion dann auch kommen könnte. In der vergangenen Saison haben wir oft in wichtigen Momenten Spiele verloren. Gerade das Auswärtsspiel vor einem großen Spiel. Und da haben wir auch gesagt, ja, wenn wir da gewonnen hätten, dann hätte das noch viel mehr Zuschauer dann angeloggt und haben uns da so ein bisschen mit, oder haben uns da mit die Erklärung gegeben. Aber wir sehen es jetzt. Irgendwo scheinen wir da, scheint da doch so eine, ja, ich will nicht sagen, so ein Limit zu sein, aber wir werden daran arbeiten. Also das ist, und wie du schon sagst, an der Attraktivität des Spiels liegt es ganz gewiss nicht. Also wer hier diese Spiele mitgemacht hat, der sollte eigentlich beim nächsten Mal wiederkommen. und, ja, wir geben es nicht auf. Wir arbeiten dran und hoffen, dass wir dann eben auch bei diesen Spielen so an die 40.000 rankommen. Wir arbeiten an den Düsseldorfern, dass wir die ins Stadion kriegen. Ja, es ist so, da, das ist bei vielen Dingen, wir müssen, wir müssen, wir müssen, ja, viele Dinge überprüfen, wir müssen sagen, so, was tut uns gut, was hilft uns, was überzeugt unsere Zuschauer und so weiter und was, ich glaube, was wir jetzt geschafft haben, ist, wir haben eben über einen Trainer, das war gar nicht so, kann ich gar nicht so zu Ende erzählen, aber er ist ja nicht nur inhaltlich, ist er ja ein Glücksfall für uns. Also jetzt, was den fußballerischen Inhalt angeht, sondern eben auch, was die Außenwirkung angeht. Also unheimlich kommunikativ und das auf eine Art und Weise, die, glaube ich, so, auch so vielschichtig ist. Ich glaube, er ist in der Lage eben viele Dinge zu bedienen. Er ist auf der einen Seite, kann er eine Mannschaft eben in der Kabine, kann er die mitnehmen mit den richtigen Worten, kann aber auch eben über Fußball referieren und ich glaube, das ist so ein toller Mix einfach, der zu Düsseldorf passt. Und ich glaube, so haben wir viele Dinge jetzt schon, auf den richtigen Weg gebracht, wo man jetzt nicht sagen kann, da haben die, das ist, die spielen langweiligend Fußball und der Trainer, der gefällt mir auch nicht und das und das. Also ich finde, viele positive Dinge sind jetzt zusammengekommen so und jetzt, ja, hoffen wir natürlich, jetzt haben wir das nächste Heimspiel, ist wieder Fortuna für alle. Gegen Pauli, genau. Die Resonanz ist jetzt schon wieder überwältigend. Also da können wir, glaube ich, davon ausgehen, dass wir wieder volles Haus haben. Ja und so müssen wir eben auch weiterhin nachlegen. Ja und dann haben wir ja auch noch den Pokal. Das ist ja auch noch etwas, was auch eigentlich alle elektrisieren sollte und man sagt, Mensch, da ist die Fortuna eben auch noch drin. Hast du den Jungs eigentlich schon mal gesagt, wie es dir das anfühlt, den hochzuhalten? Du rollst mit den Augen. Man sollte nicht so viel von früher reden. Man sollte nicht so viel von früher reden. Aber ich bin, ich habe eben gefragt, ob ich das Spektakel anziehe, aber zumindest ziehe ich so ein bisschen den Pokal an. Das ist zu hinterlegen. Da gibt es Beweise für. Also ich war so als Spieler viermal in Deutschland Pokalsieger und in Frankreich einmal Pokalsieger und hinterher als Verantwortlicher auch mit Wolfsburg noch Pokalsieger, mit Werder Pokalsieger. Ich glaube mit Werder dann auch nochmal ein weiteres Mal im Endspiel. Also schon einige Pokalerlebnisse habe ich hinter mir und ich kann das nur immer sagen, ein Pokal ist was ganz Besonderes. Das ist auch was Besonderes, das macht was mit den Spielern, aber das macht auch was mit den Städten oder mit den Fans. Ich habe es gerade mit Werder, da hatten wir ja auch eine riesen Pokaltradition und trotzdem waren es immer, es waren Feste, eben dann nach Berlin zu kommen und ein Pokalendspiel zu spielen und das schweißt eben auch so eine Fangemeinde zusammen. Selbst Wolfsburg, da, selbst das war außergewöhnlich, was dann passiert ist, wenn man dann eben in Berlin im Endspiel ist und dann Pokalsieger wird. Also das macht auch, macht was mit einem Verein und würde natürlich auch wieder was mit der Fortuna machen, weil die Zeiten sind eben, als ich den als Spieler von Fortuna Düsseldorf in der Hand hatte, das ist leider schon lange her und die meisten, die heute ins Stadion kommen, insbesondere von den Jungen, die können nur darüber lesen oder ich weiß gar nicht, Bildmaterial gibt es natürlich auch noch, aber solange ist es dann doch nicht her. Ja, aber von daher wird das von mir immer positiv begleitet und nur ganz konkret, ich sage denen nicht, ich habe schon mal in der Hand gehabt und jetzt seht mal zu, dass er das auch schafft, aber es geht immer wieder und da ist Pokal und Meisterschaft, das ist kein Unterschied, es geht immer wieder an dem Tag X, wenn das Spiel ansteht, egal ob es das Viertelfinale ist oder das Meisterschaftsspiel, einfach alle Dinge abzurufen und eben diesen Siegeswillen irgendwo zu implantieren, um das mal so zu sagen, das was wir Bayern, was wir Bayern sagen, mir sein mir, in unseren Genen ist das Gewinnen drin, das muss für uns auch irgendwo, müssen wir das entwickeln, erst mal auf einer anderen Ebene, wir können nicht erwarten, dass wir alles gewinnen, aber trotzdem dieses sich weiterentwickeln, die Kräfte zu bündeln und wirklich diesen Siegeswillen in diesen Momenten eben ausgeprägter werden zu lassen, als Mannschaft zusammenzustellen, das ist das, was wir vermitteln wollen und das eben jetzt wirklich in Personalunion von Daniel, von Chris Weber und mir, dass wir das immer auch bei den Entscheidungen, welche Spieler holen wir dazu und so, die müssen doch auf einzahlen und da wird wirklich intensiv dran gearbeitet. Wir müssen, glaube ich, langsam zum Ende kommen. Ein Thema würde ich mit dir noch gerne anschneiden. DFL hat sich jetzt oder vielmehr die Vereine haben sich entschieden, knapp ein Zweidrittel mehr hat es erreicht worden, dass ein Investor mit ins Boot reingeholt werden soll. Strategischer Partner, um es genau zu sagen. Ein strategischer Partner. Wie bewertest du das und siehst du das eher als Gefahr oder eher als Chance? Wir haben ja keinen Hehl draus gemacht, wie wir als Vorstand denken und um das vielleicht nochmal zu wiederholen, wir waren bei der ersten Abstimmung, es ist uns ja unterstellt worden, wir hätten einem Investoreinstieg zugestimmt. Das war falsch. Die Fragestellung war eine andere damals. Da ging es darum, sollen die Gespräche weitergeführt werden, soll das weiterentwickelt werden. Da haben wir gesagt, ja, das ist sinnvoll. Und alle Verantwortlichen, und da muss man den Verantwortlichen vielleicht auch mal das Vertrauen schenken, sagen, es macht Sinn, wenn wir uns weiterentwickeln. Wir müssen weiterentwickeln, wir müssen Maßnahmen ergreifen. Und der Meinung sind wir auch. Wir sind nicht der Meinung, dass das, was jetzt zur Abstimmung stand, und dass das der Weisheit letzter Schluss ist und dass das die ideale Lösung ist. Aber auf der anderen Seite geht es auch darum, was sind die Alternativen. Nichts zu tun ist sicherlich keine Alternative. Und deswegen haben wir gesagt, sich grundsätzlich dem zu verweigern, ist, glaube ich, nicht die beste Idee. Deswegen, wir haben den Antrag in der Mitgliederversammlung gehabt und das muss man so akzeptieren. Das muss aber auch dazu sagen, dass so eine Entscheidung, natürlich, ich sage, wer gestalten will, der muss auch informiert sein. Und das ist gar nicht die Schuld, das ist gar nicht die Schuld derjenigen, die dort abgestimmt haben, sondern ich glaube, das ist ein Hauptkritikpunkt an die DFL, dass man nicht genügend informiert hat, was soll denn überhaupt geschehen. Und deswegen, wir haben diesen Antrag, der auch durchgegangen ist, und in unserer Entscheidung, dann so zu stimmen, wie wir es gemacht haben, nämlich mit Nein, hat das natürlich auch mit reingespielt. Wir haben diskutiert, wir haben unsere Gedanken dem Aufsichtsrat mitgeteilt, ohne zu sagen, ihr müsst jetzt diese Entscheidung treffen, sondern wir haben gemeinsam, haben wir eben Pro und Contra abgewogen und sind dann am Ende zu der Entscheidung gekommen, dass wir mit Nein stimmen. Aber dennoch sage ich, dass wir das andere natürlich mittragen und wir natürlich jetzt die Hoffnung haben, das war jetzt erstmal die Entscheidung dazu, in Verhandlungen zu treten. Und dass das eben dann in den Verhandlungen herauskommt, dass es dann hoffentlich ein guter Partner werden wird. Und natürlich, dass die roten Linien, weil über die roten Linien ist ja kaum gesprochen worden, die ja praktisch alle Rechte bei uns belassen, so, dass die dann auch komplett eingehalten werden. Welche sind das? Kannst du mal ein bisschen ein Beispiel geben? Ja, ich glaube, Spieltagszerstückelung zum Beispiel. Spieltagszerstückelung. Wir werden nicht zurückkommen zu einem kompletten Spieltag samstags um halb vier. Aber da bin ich auch ganz offen, ich möchte das als Konsument gar nicht. Ich möchte freitags ein Fußballspiel sehen. Ich möchte samstags, um halb vier möchte ich mir gerne ein Spiel angucken und ich möchte mir abends ein Spiel angucken. Und ich möchte auch, ich gucke mir sogar vorher die Spiele der zweiten Liga an. Das gefällt mir viel besser. Und deswegen, die Einflussnahme eben von diesem Partner ist ganz klar eingeschränkt. Und es ist eingeschränkt, woher das Geld kommen darf. Das vielleicht nur als zwei Beispiele, was dort eben als rote Linie aufgeführt ist. Und von daher, das wird wichtig sein. Und dann kann das durchaus zum Wohle der Entwicklung sein. Und ja, ich glaube, wir müssen, ich fand die Kommentierung oder die Meinung von Xavier Alonso, der jetzt als, zwar als Trainer, der in der Bundesliga arbeitet, der aber eben aus einer anderen, vielleicht einer anderen Fußballkultur kommt, der das gesagt hat, der gesagt hat, Deutschland als, mit seiner Tradition, das ist wunderbar, das ist toller Fußball. Und das gilt es auch, das gilt es auch ein Stück weit zu erhalten. Aber auf der anderen Seite kann man sich in diesem, er hat es Dschungel genannt, wir kämpfen in dem Dschungel, da kann man, ich glaube, da kann man sich nicht abducken und kann irgendwo nicht mitmachen und den Kampf nicht annehmen. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Hinweis, dass man einfach immer, man muss mehr miteinander, glaube ich, diskutieren und die Dinge besprechen. Und man muss am Ende, das ist wirklich meine Meinung, alle Organisationen, bei uns ist es auch so, über die Mitgliederversammlungen wird der Aufsichtsrat bestellt und der Aufsichtsrat bestellt den Vorstand. Und da bitte ich auch darum, dass da ein gewisses Vertrauen da ist, dass man eben auch im Sinne der Fortuna Entscheidungen trifft. Und es ist eine spannende Zeit, die uns da jetzt bevorsteht. Aber wichtig wird sein, dass wir auch nach Protesten, dass wir einfach zu einem Miteinander kommen und auch sinnvoll, konstruktiv daran arbeiten, wie können wir den Fußball verbessern. Da gibt es immer Extremmeinungen. Und ich glaube, die Wahrheit wird dann irgendwo in der Mitte liegen. Ich glaube, wir werden uns nicht komplett vom übrigen europäischen oder Weltfußball abkoppeln können. Dann von mir die abschließende Frage. Glaubst du denn, weil ich habe echt das Gefühl, dass da die Fronten wirklich sehr verhärtet sind, gerade wenn man auch wieder diese Proteste jetzt sieht. Glaubst du denn, dass man das nochmal wieder aufweichen kann wirklich und dass da so ein richtiger, offener Dialog möglich ist? Ich glaube schon. Wir haben eine gute Veranstaltung gehabt. Wir haben ein Mitgliederforum gehabt, nur drei oder vier Tage vor der Entscheidung, die getroffen werden sollte, wo wir unsere Mitglieder informiert haben. Und wo es zu Beginn wirklich total verhärtet war. Da war die eine Seite, die hatte ihre Meinung, da gab es ein paar andere, die hatten eine andere Meinung. Und wir waren eigentlich, wir wollten an dem Tag, wir wollten niemanden umstimmen, wir wollten wirklich nur informieren. Und daraus hat sich doch eine Diskussion ergeben. Und nicht, dass wir diejenigen, die am Anfang dagegen waren, dass wir die komplett umgestimmt haben. Aber ich glaube, wir haben alle zumindest zum Nachdenken gebracht. So wie wir zum Nachdenken gebracht worden sind, dass man viele, viele, viele Interessen berücksichtigt, so glaube ich, muss es jede Seite jetzt auch nehmen. Wir müssen einfach offen für die Diskussion sein. wenn wir auf unseren Standpunkten aus Prinzip verharren, dann wird es schwierig. Dann wird es schwierig, aber so ist das in allen Lebensbereichen. Manchmal muss man zu Kompromissen bereit sein und man muss den anderen auch mal zuhören, muss ihm vielleicht auch eine Chance geben, auch mal Dinge umzusetzen und dann sehen, was wird daraus. So, dann können wir vielleicht Dinge voranbringen. Und sollte es falsch sein, dann ist es in dem Konstrukt, was jetzt angedacht ist, ist es nicht unmöglich, das wieder rückgängig zu machen. Also das ist vielleicht der Hinweis und auch meine Hoffnung, dass sich die Dinge jetzt nicht zu sehr verhärten und dass einfach nicht mehr miteinander gesprochen wird. Klaus, danke dir für die vielen offenen Worte. Ich wünsche dir auf jeden Fall erstmal schöne Weihnachtstage. Ja, wünsche ich dir auch und allen unseren Zuhörern natürlich auch. Auf jeden Fall auch. Und wir hoffen, dass die Mannschaft die hohe Kunst des Führungverwaltens lernt. Ja, neben dem Spektakel. Das sollten sie auch noch weiter verfeinern. So. Das ist auch ein schönes Schlusswort. Ja. Danke dir. Bitte.